Also, jetzt machen wir Anlegen in der Box. Anlegen in der Box, so wie Wenden auf engem Raum, muss man das nicht unbedingt unmittelbar oder als Pflichtmaßnahme der Prüfung zeigen, wenn man seinen Bootschein macht. Gehört aber zum einen zum Standard-Skill-Set eines Bootsführers dazu, aber zum anderen ist es häufig auch als Zugabe zu sehen. Also wenn man dann das Anlegen nicht so wundertau gemacht hat, dann will der Prüfer vielleicht auch mal sehen, dass man auch Wenden auf engem Raum kann oder eben in der Box anlegen kann. Schaut mal gerne auf die Box da drüben und zoomt euch gerne mal ein bisschen rein. Wir haben da zwei Segelboote, zwei Trias und zwischen diesen beiden Trias werden wir gleich einfahren. Schaut mich gerne an. Und wir werden jetzt genau wie beim anderen Anlegen einen Drifteffekt nutzen. Also eigentlich gibt es zwei Strategien, die ich jetzt in eine Box anlege, also reinfahre in eine Box. Strategie A zeige ich euch jetzt. Das bedeutet auch mit Drift, also ich fahre mittig im Hafen und werde dann eine Box früher als ich in die, die ich rein will. Werde ich reinlenken, voll reinlenken, neutral machen und dann werde ich so driften. Ich werde dann gar nicht in die reinkommen, in die ich reingelenkt habe, sondern werde eine Weite dann rein driften und kann dann eigentlich, wenn ich es perfekt gemacht habe, eigentlich nur noch geradeaus reinfahren. Das wäre dann dieser Drift. Strategie B, für die, die nicht gerne driften, die können auch einfach auf Höhe der Box fahren, aufstoppen und wenden auf engem Raum, 90 Grad und reinfahren. Also in die Box reinfahren ist eigentlich kein großes Hexenwerk, da gibt es auch keine großartigen Zeitpunkte, wo man irgendwie was verpassen kann. Also das ist kein großes Ding. Häufig passiert es den Leuten, dass sie eben den Drifteffekt nicht einkalkulieren, den sie dann haben, wenn sie das Ruder rumlegen mit Standgas. Aber diesen Drifteffekt muss man dann kalkulieren, deshalb haben häufig Leute, dass sie dann irgendwie übersteuern oder dann in den Galben rumkommen. Das sollte man im Topf behalten. Also jetzt fahre ich auf diese Hafeneinfahrt eben drauf zu. Schönen Standgas, reicht vollkommen. Und werde jetzt gleich dann einlenken, eine Box früher, hoffen wir aber, dass wir den Zeitpunkt richtig finden. Ich lenke jetzt hier voll ein, mach neutral und jetzt schauen wir mal, wie wir hier gedriftet bekommen. Ich habe jetzt eine früher eingelässt, vielleicht ein Tacken zu früh. Aber ihr seht, wir driften jetzt hier in diese Lücke noch rein. Ich mache das Ruder gerade, kann jetzt hier nochmal ganz kurz den Puls gerade geben, dass wir hier noch rankommen. Ich mache vielleicht nicht so. Wenn ich mag, kann ich das Ruder jetzt nochmal wieder drehen und jetzt nochmal quasi den Popo nochmal gerade ziehen. Aber ihr seht, wenn ihr jetzt rechts und links schaut, wir fahren gerade schön an den Dalben rein. Dann können wir wirklich immer nur mit kurzen Impulsen, mit kurzen Impulsen dann reinfahren, immer nur kurz den Puls geben. Lenken, wieder ausmachen, wir treiben ja noch. Und wenn wir dann gleich die Leiter vor uns haben, dann können wir auch aufstoppen. Standgas zurück, schauen auf die Wasserlinie oder auf die Influencer und sind jetzt hier schön in der Box mittig gelandet. Das war reinfahren in die Box. Und wenn die Wasserlinie oder auf die Lauges Leute aussehen, dann können wir auch auf dieGolden Band basieren. Musik Musik